Guten Morgen Traderinnen und Trader und willkommen zu einem Blick in Austral-Dollar-Kan-Dollar. Wir schauen in den spanischen Aktienmarkt und in Euro-HUF, also ungarische Währung. Heute mal Premiere hier. Es bewegt sich was, können wir traden, also nehmen wir es gleich mit rein. Ich freue mich auch wieder hier live Zuschauerinnen und Zuschauer dabei zu haben. Auch die guten Morgengrüße freue mich immer sehr. Olaf und Steffen, tolle Sache hier. Gerne Fragen rein in die Chats. Ich kümmere mich sehr, sehr gerne um das ein oder andere Wunschpaar an dieser Stelle. Natürlich vorab wie immer der Risikohinweis, den bitte ich auch in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Also das dazu und damit gleich weiter in die Tagesplanung für die Nachrichten. Wir haben heute Nacht schon ein paar Daten bekommen und zwar aus China. Die hole ich aktuell gleich einmal rüber. Hier, wir sehen es heute Nacht um 3.30 Uhr. Da gab es aus China Daten zu den Verbraucherpreisen. Und die sind in Summe so geblieben oder so ausgefallen, wie das erwartet worden ist. Das heißt, der Verbraucherpreisindex steht hier bei 2,7. Der Erzeugerpreisindex bei einem Zuwachs von 0,6. Also Erwartungen auf den Punkt genau getroffen. Weiter geht es heute erst einmal am Vormittag. Wichtige Sache hier bei uns. 10.15 Uhr spricht EZB-Präsident Draghi. Bitte hier Euro und DAX unbedingt im Blick halten. Und der DAX wird heute mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Inflationsdaten aus den USA im Blick halten. 14.30 Uhr bekommen wir hier die Daten zum Verbraucherpreisindex aus den USA. Und Öltraderinnen und Trader aufpassen. 16.30 Uhr. Es ist wieder Mittwoch. Es ist wieder Zeit für die Rohöl-Lagerbestände. Wir haben hier als Prognose einen leichten Rückgang. Wir sehen es hier 0,472 Millionen Barrel wird erwartet. Mal schauen, was hier am Ende bei rauskommt. Das also hier die wichtigsten Dinge für den heutigen Tag. Dann im Laufe des Vormittags noch ein paar Reden oder am frühen Nachmittag dann hier seitens von EZB-Mitgliedern. Das also hier die wichtigsten Nachrichten aus Deutschland, Europa, China haben wir heute und den USA. Das also dazu und damit rein in die Märkte an dieser Stelle. Heißt, wir starten mit dem Blick in die Währungen. Und ich habe es gesagt, Premiere für den Euro-HUF hier an dieser Stelle haben wir noch nie gehabt. Aber ist mir bei der Vorbereitung ins Auge gesprungen. Warum? Wir sehen es hier unten. Das ist eine wunderbare Unterstützung, die schon einige Male am Markt gehalten hat. Und gestern ist hier das Gleiche passiert, wie das, was wir hier drüben schon ein paar Mal gesehen haben. Nun mag der ein oder andere auch sagen, puh, naja, aber das ist doch schon ein ganzes Stück gelaufen. Ja, klar ist das schon ein ganzes Stück gelaufen. Nur wenn man mal schaut, was hier bei den Abprallern rausgekommen ist, wie weit der Markt dann teilweise auch nach oben gekommen ist, steckt da doch auch noch ein bisschen Potenzial drin. Wenn wir jetzt nach oben schauen, dann sehen wir auf alle Fälle mal im Tagesschart hier diesen Widerstandsbereich, als dieser Aufwärtstrend hier oben weggenommen wurde. Also dieses wichtige Level aus diesem Aufwärtstrend hier, wenn man es ganz genau im Detail miteinander betrachtet, ist das Ganze hier schon beendet worden. An dieser Stelle hier gab es nochmal ein leichtes Hoch, also rein aus technischer Natur der Aufwärtstrend hier oben gebrochen worden. Das war hier um die 322,464 trotzdem ein Level, was wichtigerweise zu beachten ist. Und das bietet uns jetzt natürlich einen Widerstand, der gerne mal als Anlaufpunkt genommen wird. Was drunter läuft, das können wir schön auch aus der Stunde nehmen, weil dieser starke Rutsch nach unten ist schön auch im Stundentrend ersichtlich. Und hier haben wir halt noch ein paar Marken liegen, um die 321,692 bzw. hier die 322,283. Das sind ein paar Marker, die auf dem Weg nach oben durchaus auch als Zielmarken genutzt werden können, wenn es weiter in die Korrektur reinläuft. Das hier für die zeitnahe Gestaltung. Mit Blick nach unten, ganz klar, sollten wir hier direkt eine Umkehr wieder bekommen. Aus dem Rückläufer von gestern steht natürlich erst einmal wieder hier der Support-Bereich, was auch am Trend-Tief hier aktuell ist bzw. am Schub-Tief um 319,328. Und drunter hier nochmal ein Spike-Low bei 318,531. Wenn das gebrochen wird, muss man erst einmal sehen. Das wird sich dann auch zeigen. Aber wir haben hier in dieser Währung eine gute Chance, dass sich hier aus der Korrektur heraus dann ein Abwärtstrend bilden kann. Das bleibt spannend zu sehen. Auf alle Fälle eine Währung mit Potenzial. Ich erwähnte auch den Blick in die Stunde hier mal zu erhaschen. Und da sehen wir, was hier läuft. Also das kam oder so kam der Markt quasi von oben nach unten. Wir sehen hier schön den abwärts gerichteten Trendverlauf. Und hier haben wir halt so ein paar Marker liegen, die für die Stunde auch interessant sein können. Und das ist der Auflauf hier. Und hier sehen wir es, wenn sich das Ganze weiter nach oben fortsetzt, dann haben wir die Chancen offen, entsprechend hier nach oben zu laufen. Mit nach oben fortsetzen meine ich hier. Das war hier der erste Bewegungsschub. Also ganz normal, klassisches Korrekturverhalten noch. Hier unten drinnen hatten wir jetzt kein tieferes Tief bekommen. Das ist also schon mal ein gutes Zeichen. Und dann trendet der Markt hier etwas nach oben. Wie schon gesagt, das ist alles noch etwas untergeordnet. Nur wenn sich die Stunde fortsetzt, dann können wir hier schön die Stunde als Richtungsgeber nehmen. Und das ist dann das, was wir sehen wollen. Hier der Rücklauf, den haben wir ja jetzt da. Und dann den Schub nach oben. Und das wäre dann das Potenzial, was ich weiter nach oben mit ausbauen kann. Das der Blick in EuroHUF. Elena, auch dir. Guten Morgen, Matthias. Morgen. Weiter geht's. Im Blick auf Währungen. Und zwar schalten wir jetzt mal auf den Chart von Austral-Dollar, Kandollar. So, da ist er da. Auch hier wichtigerweise erstmal den Blick in den Tagesschart, damit wir wissen, wo wir stehen. Und wir stehen aktuell mitten im Bewegungsverlauf des aktuellen Abwärtstrends. Wir sehen es hier. Austral-Dollar, Kandollar, harte Tief korrigiert. Die Korrektur fand oben um 0,93958 ihr Ende. Und seitdem trennt der Markt wieder schön in die Abwärtsrichtung. So weit, so gut. Gut, gestern kam es dann hier in der Nähe des aktuellen Trendtiefs bei 0,91993 hier zu einem Intraday-Rückschnapper. Wir sehen die Umkehrkerze hier an dieser Stelle. Das ist ein Zeichen davon, dass der Abwärtslauf erst einmal etwas gestoppt worden ist. Jetzt kommt es darauf an, was der Markt macht. War das hier nur Luft holen, kleines Strohfeuer, dann haben wir eine gute Wahrscheinlichkeit, hier das Tief zu testen und dann möglicherweise noch etwas weiter nach unten zu laufen. Entscheidet sich der Markt allerdings hier, das Signal von gestern zu bestätigen. Das heißt, die Kurse vom Lauf her nach oben aufzunehmen. Das heißt, hier übers Tageshoch von gestern drüber zu gehen. Das haben wir hier bei 0,92554. Ich klemme hier mal eine kleine Markierung dran, damit jeder sieht, was ich meine. Also hier in etwa dieses Hoch geht es da drüber. Dann haben wir gute Karten. Hier etwas tiefere Regressionen zu sehen. Anlaufmarken, Sie sehen es an der Magenta-Farbe. Die kommen wieder schön aus dem Stundentrend. Hier dieser starke Schub nach unten ist trendförmig. Schön in der Stunde auch zu sehen. Das wären dann Anlaufmarken nach oben hin. Hier oben ist natürlich der wichtigste Marker, damit wir hier weiter schauen können. Nachhaltig, wenn es hier oben drüber geht, wäre dann der Weg weiter in die höheren Lagen frei. Nur das ist jetzt absolut noch nicht auf dem Tisch. Wir stehen jetzt hier unten und könnten möglicherweise einen kleinen Rückschnapper sehen. Das würde dann ein höheres Tief bedeuten. Und die Chance eines weiteren Hochlaufes, dann kann dann auch wieder eine Abwärtsbewegung draus werden. Deswegen das Potenzial für hier und jetzt erst einmal etwas begrenzt. Fällt der Markt gleich drunter und bricht das Level hier bei 0,91,993. Dann sehen wir hier unten einen wichtigen Anlaufbereich. Jetzt muss ich nochmal kurz schauen, dass das auch wirklich hier reingehört. So, eine kleine Minus hier machen. Na, das gehört nämlich nicht da rein. Das war aus dem anderen Chart. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Also, wenn wir hier unten drunter laufen unter dieser Marke, wo haben wir dann den nächsten Anlaufpunkt mittelfristig hier unten, dieses Level. Das haben wir dann da und damit haben wir auch einen guten Punkt, wo sich diese Bewegung, die aktuell auch läuft, hin ausdehnen kann. Nämlich hier unten rein in den Peak, in das Peak Low hier unten. Das liegt dann um die Marke von 0,91,749. Also, klemme ich auch gleich mal noch ein kleines Preisschildchen dran, hier unten rein. Also, hier irgendwo in diesem Bereich. Da hätten wir dann den nächsten Support. Sollte es hier direkt auch unten drunter durchlaufen. Das Ganze nochmal mit Blick in die Stunde. Und hier sehen wir es. Der Markt hat gestern definitiv hier oben angeklopft. Angeklopft, damit meine ich, dass wir hier das letzte Korrekturhoch im Abwärtstrend hatten oder haben. Das ist ja real existent. Hier war die Bewegung und wir sehen es. Wir sind hier schon drüber rauf gelaufen. Und das ist das, was ich meine. Wenn das Ganze Bestätigung findet, dann kommen wir hier in die Sache, dass wir nach oben reinlaufen können. Und das Ganze als Rückschnapper hier zack nach oben laufen sehen könnten. Und wie schon gesagt, Anlaufpunkte wären möglicherweise hier diese kleine Erholungstendenz hier zwischendrin. Das ist das, was wir im Tagesschart gesehen haben, wo wir hier drüben, ich zoome es mal kurz ran, wo wir hier dieses kleine Gap unten drunter hatten und der Markt dann doch nochmal hochgelaufen sind und wieder runter. Das hat er ein bisschen Beachtung gefunden. Deswegen ist das die erste Range, die hier anlaufbar ist oder das erste Level in diesem Bereich. Und das zweite, das haben wir dann ein kleines Stückchen höher liegen. Hier dieser Bereich, als wir hier nochmal weit nach oben gelaufen sind und dann doch wieder rumgedreht haben. Hier die Marke von 0,93, 230, das hier so kleinere Level, also hier hoch und nach unten, das wäre dann der Punkt. Aber so richtig viel ist da nicht zu holen, zu greifen, weil die Bewegung halt so stark und dynamisch nach unten lief. Das Ganze also hier im Austral-Dollar, Kan-Dollar und damit zum Index hier der spanische Aktienindex. Der hat mich, ja, muss ich sagen, etwas überrascht mit der aktuellen Eröffnung, die wir hier sehen. Ich hatte das Ganze ja vorbereitet, schön zu sehen, der schöne starke Rücklauf hier oben rein in den Widerstand ans Korrekturhoch. Es laufen den Abwärtstrands hier bei 9.333 Zählern. Das Tageshoch gestern knapp drunter, 9.333 und wir haben es gesehen, gestern sind die Händler hier etwas unruhig geworden. Vor gestern, also hier an dieser Stelle am 10.06. auch schon, der Markt wollte hier nicht richtig hoch. Aber wir haben hier nochmal das Spike gesehen in den Widerstandsbereich rein, der wurde dann abverkauft. Das ist ein Zeichen von Schwäche und die Kurse unter diesem Tagestief hier vom 10.06. die zeigen halt, der Markt will eher runter als hoch. Und wenn wir uns das Ganze anschauen, dann haben wir hier jetzt aktuell die Initialzündung für weiter fallende Kurse. Das heißt, aus der tiefen Korrektur heraus in Richtung Trendtief bei knapp 8.900 Punkten. Nächster Anlaufpunkt wäre dann hier das Tagestief bei 9.183 Punkten. Das Ganze kommt übrigens auch wieder einmal, wie soll es anders sein, aus der Stunde. Das heißt, das sind so Anlauflevel, die in der Stunde eine gewisse Relevanz hatten. Das erste hier, die Relevanz an dieser Stelle, Sie sehen es selber. Wir haben hier ein schönes Gap und dieses Gap wurde hier mal kurz nochmal angetestet, aber hier ist Stärke reingekommen. Das heißt, hier haben wir doch etwas an Support mit am Laufen. Also hier an dieser Stelle der nächste Punkt nach unten hin. Ich nehme das jetzt einfach mal mit runter. Halt, wir machen das mal so hier unten rein. Nächster Punkt wäre dann natürlich das Trendtief an dieser Stelle um die Marke von 9.133 Punkten. Gefolgt dann hier vom nächsten Trendlow. Hier, da können ja dann die Absicherungsorders der Händler liegen, die diesen Aufwärtstrend geschoben haben. Bei 9.000 und knapp 91 Zählern. Das Ganze hier zur Unterseite hin im spanischen Kursindex. Das heißt also hier an dieser Stelle, wir sind weiterhin im Abwärtstrend. Wir sind hier tief in die Korrektur gelaufen und wir haben die Chance, dass jetzt die Bewegung wieder anfängt. Ob die dann tatsächlich hier unten drunter durchläuft oder wir hier nur einen kurzen Rückschub bekommen, der Markt quasi Luft holt und dann nach oben geht, das wird sich zeigen. Das brauchen wir heute nicht zu entscheiden. Das macht der Markt für uns, aber es ist trotzdem ein gutes Zeichen, um hier am Markt mal hinzuschauen. Zum Thema Hinschauen, wir schauen jetzt an dieser Stelle gleich auch nochmal zwischendurch auf den Ölpreis. Wie schon gesagt, heute wieder WTI-Daten und wir haben es gesehen, hervorragend, wie das Ganze hier auch anläuft. Das Umkehrsignal haben wir bekommen. Der Ölpreis läuft wieder schön nach unten rein. Die Bewegung hat hier angefangen, das heißt der Abwärtstrand im Öl ist weiter schön intakt. Ich freue mich, dass ich hier auch gute Dinge geben konnte als Handelsidee, das Ganze hier zu sehen. Wie schon gesagt, die Stunde läuft schön nach unten. Also hier das Setup ist wunderbar mit am Anlaufen. Das macht wirklich Spaß, das Ganze hier zu sehen. Nächster Anlaufpunkt wäre dann hier, wenn wir uns das Ganze auch nochmal im untergeordneten Zeitrahmen anschauen. Hier ist mal nochmal eine Skizzierung, die ich reingezeichnet hatte, wie der weitere Verlauf ist. Nächster Anlaufpunkt, wie schon gesagt, hier unten im Trendverlauf dann die Marke von 51,10. Bevor wir dann wieder hier unten am Trend tief bei um die Marke von 50,52 ist das tief hier unten, bevor wir da wieder ankommen. Also an dieser Stelle interessant und zumal, dass wir heute die Öldaten auch bekommen, könnte hier etwas Spannung auch mit reinkommen. Und das Ganze ist ja auch das, was wir brauchen. Bewegung, damit können wir Geld verdienen und wir müssen einfach nur hinschauen, wo es weiter geht. Und beim Thema Weitergehen möchte ich hier nochmal kurz einen Ausflug in die US-Indizes machen. Ich habe das gestern auch in meinem Traders-Land schon gesagt. Es scheint so zu sein, als wenn hier so ein bisschen die Luft raus ist. Wir kriegen hier oben absolute Umkehrsituationen. Das heißt, jetzt ist der Lauf nach oben erst einmal beendet. Wir sehen korrektive Phasen. Spannend wird es natürlich jetzt, was die Indizes an den Trendbruchbereichen machen. Hält das Ganze oder gehen wir in eine tiefere Korrektur herein? Das bleibt spannend. Ich bin auf alle Fälle sehr, 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 ja muss ich sagen, interessiert daran, erst einmal zu beobachten, wie die korrektiven Muster jetzt ausschauen. Mich würde es nicht wundern, wenn wir irgendwie etwas in dieser Art und Weise hier bekommen, das heißt, diese bärischen, äh, diese bullischen Flacken an dieser Sache. Also wenn der Markt hier tatsächlich weiter positiv reagieren möchte, dann bekommen wir bärische Tendenzen rausgeräumt. Die haben wir ja weg und dann die Korrekturmuster nach diesem Bruch. Das heißt, jetzt sind die Bullen am Zug und die müssen uns jetzt beweisen, dass sie es wirklich auch ernst meinen. Und wenn wir dann schöne Korrekturmuster sehen, möglicherweise hier so einen engen Trendkanal und den Ausbruch dann zu sehen, das wäre dann das Schöne, das Signal, dass der Markt tatsächlich hoch will. Und dann haben wir echte Top-Chancen hier wieder für die Long-Richtung. Also hervorragend. Ich bin wieder total happy, was Mr. Market uns hier an Möglichkeiten mitgibt. Das Gleiche natürlich auch im DAX hier zu sehen. Auch schöner Hochlauf. Das Ganze allerdings noch gefangen in dem übergeordneten Abwärtstrend. Hier wirklich eine korrektive Phase, die jetzt einsetzt. Chancen nach unten sind einige da. Und an dieser Stelle haben wir dann auch wieder die Chance zu sehen, was macht der Markt und wie können wir das Ganze dann auch anpacken. Holger, grüß dich. Guten Morgen. Und damit fertig für heute. Ready for Trading. Der Markt macht gleich auf. 13 Minuten vor 9 haben wir es jetzt. Danke für die Zeit hier wieder. Und allen gute Trades und bis morgen. Und nicht vergessen, Freitag haben wir hier live den Dirk Hilger, Mr. Stereo Trader mit an Bord. Wir werden am Freitag dann einmal schauen, wie der Dirk tradet, was sein Handelsansatz ist und wie er das Ganze hier im Stereo Trader dann mit umsetzt. Auf die Liste nehmen. Sie sehen es auch im Band mit Laufen. Das Trader Spezial Freitag. Also auf die Uhr setzen. 8.30 Uhr geht es los. Im Kalender dick vermerken. Also bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.